Österreich. Ein Naturjuwel. Mehr als 80.000 Quadratkilometer voller Bunder. Unsere heimischen Alpen mit ihren zahlreichen Gebirgsketten und Seen. Unsere einzigartige Gletscherlandschaft. Unsere vielseitige Fauna und Flora. Unsere Weinterrassen, Wälder, Täler, Flüsse und Wasserfälle. Unsere Natur bietet knapp 9 Millionen Menschen Heimat und einer artenreichen Tier- und Pflanzenvielfalt einen einmaligen Lebensraum. Ein Geschenk, das keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wir stehen aktuell vor der größten Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Die Wissenschaft ist sich einig. Wir müssen handeln. Und zwar jetzt. Unsere Gletscher schmelzen in rasender Geschwindigkeit. Die Temperatur in Österreich steigt schneller als der Durchschnitt. Immer mehr Wetterextreme machen den Menschen zu schaffen und bringen unser sensibles Ökosystem aus der Balance. Auch wenn die Herausforderungen zu groß und zu komplex sind, um sie alleine zu bewältigen, es gibt Hoffnung. Im gemeinsamen Handeln. Eine noch nie dagewesene, zivile und überparteiliche Klima-Allianz formiert sich. Engagierte Menschen in ganz Österreich bündeln ihre Kräfte. Immer mehr Freiwillige bringen ihre individuellen Fähigkeiten ein. Wir fordern die Politik auf, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen und zukunftssichere Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein verpflichtendes Bekenntnis zur Einhaltung der Pariser Klimaziele, ganz gleich wer unser Land regiert. Unabhängige laufende Klimachecks. Förderungen und Steuervorteile für klimafreundliches Handeln. Schaffen von leistbaren Alternativen durch Investitionen in nachhaltige Verkehrs- und Energiesysteme. Die Klimakrise geht uns alle an. Die Klima-Allianz braucht dich jetzt. Zusammen schaffen wir die Wende. Bist du dabei? Klimavolksbegehren – für eine Klimapolitik, die wirkt. Lives churm Würst Wettbewerps Wettbewerps Märonin Wettbewerps 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 Wettbewerps